Das Hotel Andreas hat den Spa Award gewonnen, also eines der besten Häuser in Europa. Das ist natürlich ein ganz, ganz großer Grund gewesen zu feiern. Dann haben wir eine super tolle Event-Sauna und wir haben auch einen ganz, ganz neuen Naturbadeteich. Und wir haben die Hochsaison vor der Türe. Und dann haben wir einfach entschlossen, dass wir ganz, ganz, ganz schnell einladen. Viele, viele Kollegen konnten jetzt leider nicht kommen. Wir sollen ganz, ganz, ganz liebe Grüße ausrichten und ich finde das toll, dass Sie gekommen sind, dass Sie sich auf den Weg gemacht haben. Ja, ich möchte Ihnen vorstellen, Helga Fink, Hotelbesitzerin, Richard Fink, Ehemann, Pionier hier vom Passajertal, Hotelpionier, Visionär. Ganz, ganz, ganz fantastisch, was er aufgebaut hat. Dann Daniel Fink, Juniorchef, einer der jüngsten Sommeliers. Dann haben wir Heli Sauna Aufguss Weltmeister, das dürfen Sie nachher gerne erleben. Dann haben wir Marketingdirektorin Andrea Kratzomara, gerade an der Kamera. Ja, und natürlich das gesamte Andreus Team, wo einfach sehr happy ist, dass Sie hergekommen sind. Lassen Sie sich einfach ganz, ganz, ganz toll schön verwöhnen. Ja, lieber Helga, ich würde gerne das Wort dir geben. Ja, es freut mich ganz, ganz herzlich. Zuerst mal Prost, schön, dass Sie hier sind, Sie sich gestern, den beiden Weg in Kauf genommen haben. Dafür haben wir jetzt schönes Wetter und es bleibt auch schön die ganzen Tage, Sie können gerne verlängern. Sonnenschein, Uhr, soweit der Wetterbericht wird es sein. Also wir haben jetzt für Sie als nächstes geplant, das wäre nur für Sie von der Presse, das wäre jetzt nur ein Aufkuss von unserem Sauna-Aufkuss. Es wäre dann drei, da gibt es keinen Gelegen, da macht man einen ganz neuen Aufkuss und es wird dann nicht so heiß werden. Weil man kann auch auf der untersten Ebene befallen, wir haben da das schöne kalte Daumenbechen, den See, den Schneeraum, auch den Salzraum. Und die Sauna ist für uns im Hause sicher das größte Highlight im Moment. Eines der großen, aber ich will sagen das größte. Ich will es ja auch in diesem Superzeit, Persönlichkeiten, die wir unten haben, die uns immer wieder verwöhnen und begeistern. Es ist auch fast ein therapeutischer Raum da unten, vom Salzraum, weil man hat es gerade erklärt, wenn man sich da eine Stunde hingeht, haben Ärzte gesagt, es wird jetzt einen Tag im Ehraufenthalt, weil es geht sich schon voll in die Bronchien. Das Salz entdeckt sich nicht zu viel zu, wenn Sie es unten genießen wollen, den Nachmittag. Sie können auch gerne Anwendungen im Spar reservieren. Wir haben ja ganz authentische Behandlungen auch, oder Hackmassagen, Sportmassagen, Superfüße, der auch heute im Hause, oder so, die jemanden Probleme haben, genießen Sie eine Verhandlung oder auch zwei. Sie sind sehr offen dafür, es würde uns freuen, wenn Sie das machen. Auch das Schwimmbleib was neu ist, das Rechen zum Rausschwimmen mit 34 Grad, dann haben wir eine neue Politik, schauen Sie sich einfach alles an. Ihr Herr, werden heute, mein Mann und ich, werden heute mit Ihnen oben das Abendessen genießen. Der Daniel wird uns bedienen, kommunalisch verwöhnen. Und wir sind froh, dass Sie hier sind. Dankeschön.